Da bin ich wieder bei Pokémon Blattgrün Amageddon, hier in der dunklen Höhle der Ewigkeit. Ich wandle hier an den Wänden und suche den Eingang oder Ausgang. Hoho, das ist doch mal was. Keine Ahnung, ich wandle hier umher auf der Suche. Nach dem richtigen Ausgang. Schutzt wirklich mehr. Wissen wir nochmal. Wir müssen uns zur Scheiße einsprühen, dass uns keiner mehr... Okay, hier ist ja die Treppe. Ah, ja, wir sind auf dem richtigen Wind. Zuhause zeigne ich gerne Pokémon. Cool. Jeder hat so sein Hobby. Pokémon Manicin. Der René. Ein Magneton, das weniger lustig. Snake. Du bist leider falscher. Falschen Wort. Du musst der Chef regeln. Raus mit dir. Danke, Chef. Die Blätter. Ein Volltreffer natürlich. Ja, und ich brenne natürlich so voll. Hoho, Level 51 für Snake. Ich bin erschöpft. Ja, was soll ich denn sagen? Eins meiner Pokémon brennt. So, haa. Entschuldigung, ich muss zwischendurch immer mal wieder Flüssigkeit zu mir nehmen. Weil es übelst heiß ist. Hat Beleber gefunden. Hoho. Ja, es ist, ich gebe es zu. Oh, da ist jemand. Hoho. Ich komme nicht oft hier. Aber ich will kämpfen. Wenn das eine Begründung ist, um mich mit jemandem anzulegen, sollen wir das reichen. Martha. Ein Giflo und dann die Ohr. Super. Bullshit. Okay. Du wirst ausgewechselt gegen... Taggera. Und du klatschst mal den Top da weg. Komm zurück, Snakechen. Raus mit dir, Taggera. Ohohohohohoho. Hat sie nicht Pilzsporen? Okay, Rücker. Dieser Flore setzt Wachstum an. Spezialangrücksteig. Gut, dann wollen wir nochmal. Zack. Okay, das war... Das war ziemlich... Naja, ein ziemlich bescheidener Auftritt. Sag mal den mal so. Ila besiegt Picknicker Martha. Ohoho. Nicht so... Es ist nicht so einfach, ohne etwas zu sehen. Gebe ich... Gebe ich zu. Ah, okay. Bin auf dem richtigen Weg. Möchtest du etwas über Spaßvögele fahren? Nein. Ich möchte gerne aus dieser Höhle wieder rauskommen. Ich habe immer noch nicht Pokémon durchgewechselt. Also, die Schlange und der kleine Vogel. Also, wir haben auf dich und ich würde sagen... Nein, du bist ein Geister. uter Atache. Mega meal. Oua. Brrrrrr. Brrrr. Brrrrrr. der wusste sich also nur heißt aber nur hat aber so wenig spezielle verteidigung das ist eigentlich schon per wo ist mit der pflanzen gesicht du kannst das aquawelle der mit seiner kosmik kopf der mond ist tot danke muss man schnell hier aus wechseln irgendwo eine leider eine gute frage meine poken würden dicht wird wird mein pokémon wichtig das fürchten wenn man es auch richtig lesen können dann wäre das gut wanderer hugo scaraborn falsches pokémon vorne alle auf pflanzen gesicht raus don't do that konfusion sehr schön das ist eine vierfach schwäche ist mache ich aber wenig nicht mal physisch an mein freund warum ist warum ist jetzt er plötzlich schneller als ich eigentlich weiß keiner ist einfach so hat hat nur plötzlich hat er sich dazu entschieden schneller zu sehen deswegen ist das weil er vorher konnte eingesetzt hat und konnte ist ja immer da wird man greift man ja immer so also zweites was ist seine reaktions attacke das ist ja immer da ist jemand könnte es sein dass ich mich verlaufen habe frage ich mich auch aber nur könnte oh nix oh level 38 das geht ja noch schaufler tschüss schwipp schwapp schwupp lebt sich ein feuer oder don't do that little man boom waa 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 k zählen da wie jemand wo streitform lässt sich woanders nicht verhindern waldro fisch und ein kurzel ein risiko einsehen spezial verteidigung steigt stark Geld geht daneben Funken sprung greife ja physisch an ok das interessiert ihn trotzdem nicht vom Lappen vor Ort tschüss blü auch kurva natürlich werde ich dann auch wieder vergift wo ich ihn nicht mal berühre aber ist egal ok schnapp ich hoffe ich habe noch ein Gegendift dabei sonst habe ich ein Problem natürlich habe ich nicht ja super amt der scheiße es regt mich jetzt gerade richtig auf bin ich jetzt eigentlich wieder den Weg zurück gelaufen oder ich habe keine Ahnung du lass mal schnell super zahn ach ja es ist unglaublich wie viel Pech ich habe wieder unglaublich so schau boss punkten sprung so ich spul das mal schnell zusammen hier bleck so danke gut schutzwerk nicht mehr ich habe vergessen ach bin ich dumm so genau da habe ich ja was auf Wecker habe ich ja habe ich vorher gesehen so so ich bin jetzt hier für nichts hingegangen oder was oh oh bullshit ähm wie 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 wo das mal schnell weil ich nicht weiß ob ich es überhaupt hängen kriege so der ist tot jubon da habe ich drin jo punkten sprung nochmal der scheiße so und so danke aber jetzt kann ich das wenigstens noch machen habe ich wenigstens ein pokémon wieder da und so die hälfte ist es ja egal und so die hälfte ist es ja egal ich glaube wir sind auf dem richtigen weg ja comic hier aber wo hier der ausgaben ist irgendwo auch kacke klingelt ich weiß es ist mir nicht ziemlich ich will es einfach nur noch aus dieser höhle habe ich ein paar für die ganze höhle gebraucht das wäre ja wir haben es geschafft schnell schnell sich noch aufheilen wir haben es geschafft sehr schön und geheilt sehr schön da können wir gleich hier wechseln sparking so ich bedanke mich fürs zusehen wir sehen uns im nächsten part von pokémon blattgrün amagetta noch bis dahin sage ich bis ich bin draußen auf wiedersehen